moin moin leute hier ist wieder uhr 444 oder 444 wie ihr möchtet ich wollte mal fortnite testen ich bin bezweilig mit meinen aussagen ich kann es nur vom bildschirm abfilmen keine andere möglichkeit im moment ich werde auch keine andere möglichkeit haben weil es hier kein hauptbestandteil meines kanals wird ich werde ein spiel machen 100 gegen 100 pvp ich werde wahrscheinlich schnell sterben ich bin in mehrspieler modus bei shootern und ähnigen so ähnliches wie das hier immer ziemlich schlecht aber ich versuche euch zu unterhalten und es geht gleich los es lädt mal gucken ob ich ein kill mache ich glaube eher nicht ja bestätigen wir naja team shop nein ich bin nicht noch nie ne banane ne banane ich weiß nicht warum ich lieber banane lachen muss ne geile banane drin ne nix zu essen ne ne das Video wird nicht ähm nicht gesperrt oder oder ich bin ärger für das Video wenn ich gar nicht hier eins vormach wegen Musik oder so Ich werde für das Spiel kein Geld ausgeben, kein Items Hand, ich werde nur die Sachen spüren die kostenlos sind. Ich werde einfach mein Spiel starten und gucken was passiert. Wenn ihr Geräusche hört, so ein Summengeräusches ist die Playstation. Wenn euch das gefällt, kann ich ab und zu mal eine Folge reinmachen. Ich bin mal gespannt wie lange ich überlebe. Ah, dann bin ich mal hingesetzt aufs Sofa. Ich hoffe ihr hört mich noch gut. Ich werde das jetzt nicht mehr probieren, wenn ich das nicht mehr probieren kann. Ich werde das jetzt nicht mehr probieren. Ich werde das nochmal probieren und ich werde das nicht mehr probieren. Mal gucken, wie lange ich überlebe. Mal gucken, wie lange ich überlebe. Mal gucken, ob ich hier eine Waffe finde. Mal gucken, wie lange ich überlebe. 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 Das ist so gut. Achso, mach mal. Ah, ah, ah. Nimm es die, oder? Nimm es die. Ich bin mitten im Sturm! Scheiße! Habt ihr auch gepasst? Oh Scheiße! 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 Bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Das erste war eine Testphase! Ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Das war nicht so schön! Ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Was haben wir hier? Ah, da ist ne Küssel, mal gucken was von der ist. Entschuldigung für die Unterbrechung, aber meine Speicherkarte war voll. Ich sollte nach da anlaufen. Da oben scheint ich rumzuschießen. Bin noch drinne. Sollte, ich sollte hier langlaufen, ja. Da ist ein Airdrop, oder? Hat er was abgeschmissen? Soll ich da hinlaufen? Das scheint ja Rina rumzusein. Soll ich da jetzt einfach reinlaufen? Missed. 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 kümmer dich zu mehr fuuuuuuuuuuuck Ja, ich bin bei 30 Shores. Ah Mist. Keine Munition. Ja, das ist mein Problem. Ich hatte keine Munition mehr. Mann, Mann. Mal gucken. Ich brauche die Munition. Juhu. 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 Ja, jetzt hätten sie alle, auf Entschlag, da-di-da-da-da-da. Ja, jetzt haben sie alle, auf der Seite, 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 auf der Seite. Ah, scheiß. Ja. Der sieht sie nicht, ich bin nicht gut, aber vielleicht gefällt es euch ja. 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 Sieh, haben wir 750 Punkte erreicht gehabt und fahren die Fl tiny, die Fl tiny, die Fl tiny, die Fl tiny ist Eliminierung habe ich eine, das ist mehr als ich dachte, Zielgenauigkeit 5%, erteilter Schaden, naja, Schaden am Gebäude, naja, habe ich ganz viel gemacht, zurückgelegt 2 Kilometer, naja, ja, das war die erste Runde, ich werde euch das zusammenschneiden, weil die Karte ja voll war, muss ich nochmal gucken, ob es alles drauf ist, hoffe ich ja, und ich hoffe, es hat gefallen, die erste Folge von, wie auch immer, die erste Folge von Fortnite, die ich jemals gespielt habe, finde ich sehr gut, aber habe es für euch gemacht, bis dann und auf Wiedersehen.